Oh ja, der ist unten, aber ich habe einen Diamanten, das ist ja schon mal, dass ich auch mal was schaffe. Cool. Warum liegen hier jetzt... Ihr seid schon nicht solche Affen. Hallöche meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Adventure Map. Zusammen mit... Stell euch mal ganz kurz vor. Die PG5-Jungs sind da. Mit PG5. Die kennen vielleicht manche von dem Hauptkanal Minecraft PG5, aber die haben sich jetzt auch dazu entschlossen, deutsche Let's Play-Videos zu machen in Minecraft. Und deswegen haben wir gedacht, wir machen mal so eine Adventure Map. Und zwar ist das Tolle an dieser Adventure Map, man muss nicht hochspringen, sondern man muss runterfallen. Und die Map heißt The Dropper bei Bitch... 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 Und es gibt nur ein Ziel, und zwar müssen wir einfach nur überleben, während wir da runterfallen. Und eine Regel, wir dürfen keine Blöcke kaputt machen. Es ist auch wichtig, dass wir das auf Far haben, helle Brightness, Wolken und so weiter, Peaceful und so weiter, aber das ist gar nicht so wichtig. Aber was sehr wichtig ist, ist, dass wir das abwechselnd hochladen. Und zwar gibt es morgen den zweiten Part auf dem Kanal von den beiden. Der steht in der Beschreibung oder... Äh... Ja. Das war's auch schon, ne? Gaming-Feature 5. Das hier ist übrigens... Moment, warte, ich glaub, ich krieg's auf die Reihe. Das ist Adam, richtig? Genau. Und das ist Marco. Marco ist blau. Genau, so ist es. Und der ist grün. Okay, gut, ich würd sagen... Äh... Wir fangen direkt an, oder? Machen wir rein. Let's go. Ich glaub, hier sind Items dafür, dass wir nicht immer verrecken. Moment. Use a bed... Ach so, ein Bett. You are allowed to make a time set to sleep. You must save before each drop. Wieso haben wir denn rosa-rot hier drin? Äh, das frag ich mich auch gerade. Eggblut. Wieso... Potion of Swiftness? Wieso? Picks? Spawn a pick? Potion of Swiftness? Ach, das ist vielleicht ganz interessant dafür, dass wir uns schneller machen können. Davon nehm ich mir mal 16 mit. Ich klau mir mal ein Bett. Ja, ich hab auch schon ein Bett. Ähm... Level 1, Madness. Ich glaub, wir müssen einfach... Komm mal, was steht da? Warte. Stand on the gold block and push the button. Ja, okay. Dann kommt mal hin. Okay. Wien wir schnell hin. Button? Button. Ich drück. Egal, ich hab einen gedrückt. Oh Gott. Ich bin tot. Ich bin tot. Warum? Ah, ich hab's geschafft. Ich bin auf den Rand gefallen. Wie schnell warst denn du unten? Ich bin auf den Rand da oben gefallen. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Moment. Echt jetzt? Ja, ich komm nach. Moment. Ich bin auf dem Weg. Wir warten auf dich. Ich hab hier einen Daimons gefunden. Einen Daimons? Yo, jetzt schaff ich das. Wow, 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 wow. Ich kann dir eine mitgeben, während du runterfallen. Oh nein. Jetzt schaff ich das. Moment. Ich bin auch echt zu blöd hier zum runterfallen. Aber das ist auch schon, das sieht richtig heftig aus, wenn man da runterfällt. Das sieht saugeil aus, gell? So voll die ganze Spirale. Ja, das ist so eine fette Spirale. Aber ich bin da schon vorhin drüber geflogen. Da kommen noch richtig krasse Sachen. So, komm, jetzt schaff ich das. Das hat Konzentration. Ey. Komm, letzter Versuch jetzt, sonst teleporte ich mich nach da unten. Letzter Versuch. Ja, das jetzt auch zu den Zuschauern. Ich glaube, wenn wir jetzt, sage ich mal, eine Viertelstunde an einer Aufgabe hängen, dann ist das schon uns erlaubt, dass wir uns einfach mal TPen, wenn dann zwei Leute das geschafft haben. Und ich denke, ich werde der Typ sein, der es nie schaffen wird. Ja, 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 ja. Nein. Ey, komm, das kann doch nicht sein. Ja, komm, einer geht noch. Einer geht noch. Einer geht noch. Ey, das kann doch nicht sein. Alter, hast du mich jetzt schon dafür, dass ich einfach nichts geschissen kriege? Wir fangen dich auch auf. Ja, mach das. Wir fangen dich auch. Du musst keine Angst haben. Das liegt bestimmt daran, dass ich ein Bett und alles Mögliche mitgenommen habe. Ich bin viel zu schwer. Adam, tipp schon mal TP. So, ich schaff das jetzt. Okay, los, los. Ja. Ey, da unten ist eine Kiste. Ja, dann war der Diamond. Haben wir schon ausgeleert. Ey, ich finde es so gut, ne? Das ist so krass. Ist das schwarze Wolle? Ja. Oh, meine. Ey, das sieht schon mal wie crazy aus. Wow, das sieht echt krass aus. Kranke Map. So, das steht hier. Das habe ich schon mal gesehen. Das sind die mit den Aufzügen. Ja, laut, fly upstairs only here. Sit between. This lift is fast, but only work in Singleplayer. Das hier work in Multiplayer. Wo muss ich mich hinstellen? Wir stellen es einfach mal drauf. Ja, drück mal. Ich komme nicht dran. Dann, ich auch nicht. Ja, das ist super. Moment, warte, ich bin dran. Oh, ich bin unten stecken geblieben. Ich bin irgendwo in der Mitte stecken geblieben. Jungs. Moment, Moment. Alle sind stecken geblieben. Ich glaube, gleich geht es wieder auf. Ich hoffe, es ist auch. Ich glaube, du wirst sterben, Marco. Ich glaube, ja. Ja, ich schlack hier gerade ein. Das machen wir jetzt anders. Du, ich komme mir gerade nicht raus. Ich glaube, ich bin Gras hier. Ja, aber hier ist das. Mist. So, warte. Ich drück mal wieder den Schalter. Jetzt fallt ihr also wieder runter. Warte, komm, wir machen das nacheinander. Ich glaube, hier ist noch ein Aufzug. Ich gehe mal als Erster. Ich nehme den. Okay, ich bin ausstecken geblieben. Ey, was soll denn das? Was ist denn das? Ich glaube, du musst dich auf die Treppe hier hinstellen. Ey, guck doch mal hier. This elevator is fast. Click on minecart. Ich drück einfach mal nach oben. Ach so, stimmt. Bruder, hier ist eine Leiter. Ich nehme die Leiter. Das ist ein ganz normaler. Den haben wir, da haben wir mal ein Video drüber gebracht. Weißt du noch, Alter? Ja. Ach, ihr seid ja schon oben. Ich nehme mir gerade ganz gechillt die Leiter, um das mir ein bisschen anzugucken. Warte, du bist langsam. Ich hole dich ein. Ja, bei mir geht es, denkt ihr nicht. Jetzt bin ich wieder runtergefallen. Nehmt einfach die Leiter, so wie ich. Ich bin oben. Okay. Ich nehme mir gerade die Leiter und gucke mir das ja alles ein bisschen an. Okay, das ist ein bisschen tricky. Hier ist der Checkpoint. Checkpoint? Wir haben schon... Ja, ich sehe eure Füße. Kommt mal wieder ein kleines Stück zurück. Ich habe gerade von einem die Füße. Ja, genau da. Ich sehe einen Diamanten. Ich bin auf dem Weg. Kleine Sorge. Bleibst du leid da hoch? Ja, auch die ruhigen Dinge brauchen manchmal Zeit, um... Ne? Und so. Ich bin auf dem Weg. Sagen wir es so. Ja, und sonst so? 156. Sonst so was? Aber das kann ich auch mal zeigen. 160, das ist... Oh, danke. Bitteschön. Irgendwer hat hier gerade eine Potion runtergeworfen. Damit es schneller geht. Geht das damit schneller? Keine Ahnung. Könnte sein. Nein, geht es nicht. Oder? Ne, wie war das mit einer Leiter... Am besten an einer Leiter immer essen. Die Geschwindigkeit ändert sich eh nicht. Ich bin gleich da. Der Ender Chest, da kann ich glaube ich den Diamond reinmachen, oder? Ja, mach das mal. Sehr schön. Äh, wollen wir uns Pen legen da oben hin, damit wir einen Checkpoint haben, oder wie machen wir dort? Timeset 20.000. Ich bin gleich da. Hallo. Hallo. Wir müssen um Stunden handeln. Wir müssen um Stunden hier. Ruhe. Warte, warte, warte. Äh, hast du Checkpoint schon gedruckt? Ja, den kann man hier auch machen, ne? Ja, stimmt. Okay, gut. Checkpoint. Ah, hier sind wir wieder. Achso, okay. Okay. Sehr gut. Dann brauchen wir uns gar nicht Pen legen, oder? Ich meine, wenn wir... Legen wir uns einfach... Oh Gott, ich bin durch die Map gefallen. Ich bin auch durch die Map gefallen und gleich sterbe ich wahrscheinlich. Ich lebe einfach mal das Bett. Passt schon. Legt ihr einfach ein Bett jetzt, oder? Ich habe euch gerade beide wieder rausgeholt. Du hast mich aus dem Albtraum rausgeholt. Ich hab so nicht. Hier sind noch mehr Betten. Da ist gar nichts drin. Aber stimmt, der Checkpoint ist eh... Hier, wasch das mal. Ja, stimmt. Level 2 Fall. Oh Gott. Der wäre ja schrecklich. Okay. Wer drückt? Ich habe schon... Oh nein. Oh Gott. Ich bin tot. Wie habt ihr das denn geschafft? Oh Gott. Like a pro. Bist schon wieder gestorben. Am Akku maximal... Warte, ich muss das stellen mal hier wiederum. Oh mein Gott. Hoppala. Ja, stimmt du. Das war... Das war eine gute Idee. Ich habe auf 20.000 gestellt, weil ich dachte, wir schlafen und... wird wieder Tag. Ich komme. Sieht ja mal interessant aus hier. Ey, wo seid ihr denn? Ich muss dir ins Wasser rein. Da ist so so... Wo seid ihr hergesprungen? An der Seite, gell? In den See rein. Warte auf mich. Oh nein. Fang euch auf. Oh. Ey. Da ist das Wasser. Wo, wo? Wo ist das Wasser? Ja, wie komme ich denn da hin? So als wäre es ein See. So als wäre es ein See. Ich muss das so reinlenken in das Ding ganz knapp. Ich habe es überlebt. Ich habe es überlebt. Boah, das ist ja geil. Das sieht ja heftig geil aus. Die Bäume ist ja drin. Ich schaffe es eh nicht. Warte, Moment. Ja, das gab es wahrscheinlich bei der Version noch nicht, oder? Ach, komm. Das ist doch... Da musst du echt knapp reinlenken. Wo bin ich denn jetzt gespawnt? Ich teleportiere mich jetzt. Das ist doch... Warte mal, ich weiß auch den Namen gar nicht. Lose. Und dann unterstrich. Genau. So, wie sieht das jetzt aus? Perfekt. Oh, das sieht echt geil aus. Das sieht so geil aus, gell? Das sieht richtig geil aus. Ich muss nur eine neue Version machen, irgendwie. Das war die Bäume da. Ja, das wäre richtig geil. Jetzt noch diese neue Version. Warum sind hier eigentlich Schweine jetzt? Wie sieht es denn hinter dem Ding jetzt hier aus? Ach so, gar nichts. Wow. Hä, aber wie konnte man es denn schaffen, da reinzuspringen? Das frage ich mich. Du musst es da so ins Wasser reinlenken. Und dann musst du es eigentlich kurz vorm Boden schaffen, ins Wasser zu kommen. Und das hält dich dann auf. Ach so, okay. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Was? 12 Level haben wir, oder? Ne, 16 oder so. Ich weiß nicht, auf jeden Fall eine Menge. Okay, ich klicke mich wieder hier hoch. Ich versuch das jetzt auch mal. Vorhin bin ich aber ins Minecraft nicht reingekommen. Geht grad nicht. Ich springe. Nee, ich komm auch mit springen nicht rein. Ich komm auch nicht rein. Ich versuch mal den anderen Dingens, den anderen Aufzug. Der ist ohne mich losgefahren. Das ist mir das schon kaputt. Ja, das ist der, der dem Dings nicht geht halt. Für den Multiplayer, ne? Ja. Okay, das funktioniert echt nicht. Ah, ich bin oben. Aber die Minecarts funktionieren bei mir irgendwie auch nicht. Ich verstehe auch nicht, wieso. Ich mach da rechtsweg drauf, nix passiert. Wohan konnte ich lockerer durch? Aber ich bin hochgesprungen, dann ging's. Ja, dann geht's bei mir auch nicht. Oder wollen wir uns einfach Game-Mode machen und dann immer da hochfliegen? Ja, das könnten wir wahrscheinlich auch machen. Können wir einfach mal. Nicht 10 Stunden dauert. Ja, das geht viel schneller. Ich mach mal ein Checkpoint auf. Tun sie das. Oh stimmt, Moment, wir haben ja gar keinen Diamond bekommen bei der letzten. Echt jetzt? Warte, ich hol den. Ich hab keinen. Wo war der? Weiß ich nicht. Warte mal, ich schau mal nach. Vielleicht ist der irgendwo im Wasser oder so. Oder in dem Wald. Das wäre schrecklich. Ja, das ist im Wasser drin. Hab ihn. Komme. So, Checkpoint. Wo sind wir denn? Ah, hier. Ich bin jetzt auch oben. Ich kann mich dann gar kein Minecraft reinsetzen. Potion of Swift. Ich bin da so grad an dir vorbei. Hm. Echt strange. Packst du, pack dir hier den Diamond wieder rein in die Ender Chats. Was ist denn das? Level 3 in the middle. Oh Gott. Oh Gott. Adam, tipp mal schon mal für mich. Ich seh schon, ey. Ja, das ist das, was ich vorhin meinte. Game Mode 0, PG-5, blablab. Was ist die Game Mode? Ich weiß nicht, wie immer hab ich das gesagt? Marco, glaub ich. Oh, okay, ich bin da. Wo ist denn die Ender Chist? Die steht hier. Ich hab dir doch vorhin schon davon erzählt, dass hier so eine fette Spirale ist. So, warum ist jetzt in der Ender Chist kein anderer Diamond? Ach, was meine war. Musst du mir, glaub ich, gehen. Ach so. Da war ja was. Da war ja was. Hier. Wie war das die Zahl zuerst, gell? Du hast mich doch schon geändert. Slash Game Mode, Leerzeichen 0. Hab ich? Dann hab ich. So, hier müssen wir jetzt irgendwie runterkommen. Deine auch nicht, aber jetzt. Ja. Ich fliege. Ich bin unten. Ich hab's geschafft. Dankeschön. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Es geht. Oh Gott. Oh Gott. Ah, ich wollte dich erwischen. Wie war easy. Easy. Der hinten ist wieder in der Kiste. Nein, wir müssen jetzt nicht die Treppen hoch, oder? Ich hab den Diamanten. Ah, hier ist der Ausgang. Oh ja, der ist unten. Aber ich hab den Diamanten. Das heißt ja schon mal, dass ich auch mal was schaffe. Cool. Warum liegen hier jetzt? Ich setze euch, solche Affen. Okay, gut. Wo ist die Energiest? Oh nein. Nicht schon wieder. Oh nein, schon wieder hoch. Schon wieder hoch. Ich glaub, das ist jedes Mal so. Der Singleplayer-Aufzug, da geht auch nicht, oder? Ich schaff das auch nicht, da reinzugehen, irgendwie. Ich probier's nochmal hier. Kannst du da so'n Aufzug mal... Jo, der funktioniert. Oh, doch nicht. Der funktioniert nur bis dahin, genau. Ich dachte schon, der funktioniert. Aber bei mir gehen die Minecats. Hätten die wenigstens unseren Aufzug da reingebaut, gell? Mal schauen, ob du mich überholst. Ich bin im Game-Out. Oh, du kommst nah ran. Ach, du Kacke. Der überholt mich. Der überholt mich. Wie konntest du das, Adam? Ich kann das... Also, ich kann da gar nicht die Minecats andrücken. Kann ich irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht. Voll Scheiß. Hopi, ne? Ne, daran wird's liegen. Professioneller Minecart-Hopper. Oh Gott. Langsam wird mir schlecht von dem Ding. Irgendeiner hat wieder den Elevator angemacht. Das hört man. Das Ding rattert irgendwie rum. So, ich bin oben. Ender-Chest, wo bist du? Da hinten. Was haben wir denn da? Äh, Checkpoint. Gibt's net. Achso, ja, das ist der von vorhin. Das war ein... High-Five. So, dann ändere ich mich mal da um. Ja, stimmt. Game-Mode. Äh, soll ich den Diamond da reintun, oder soll ich den dir geben? Ah, gib mir mir. Dann zusammenzählen. Ja. Was ist hier drin? Hier ist wieder nur... Ich bin der Schatzmeister. Okay. Äh, gut. Aber ich würde sagen, dass die nächste Folge bei euch auf dem Kanal ist. Sag mal nochmal genau, wie der Kanal heißt. Ich hab's schon wieder vergessen. Ähm, Gaming-Pg5. Achso. Ja, doch, dann war ich doch richtig. Das ist unser deutscher Kanal. Da hab ich mir gedacht. Ja, genau. Äh, und zwar würde ich auch sagen, dass wir den neuesten, also den zweiten Part dann als Videoantwort beim ersten Part senden. Und so weiter. Das heißt, ihr findet den zweiten Part auf jeden Fall morgen bei den beiden auf dem Kanal. Und dann würde ich sagen, Tschüss. Oh, tschüss. Bis dann, ciao. Ciao. Ciao.